Ich merke, ich bin in einem Alter, wo ich voll oft so mit Redewendungen um mich werfe. Weißt du, das Ding ist, ich hatte vor kurzem meinen Auftritt in Düsseldorf. Hab da den Mitarbeiter des Veranstalters kennengelernt, super cooler Typ. Der war ein bisschen schlecht drauf, ich wollte ihn ein bisschen aufmuntern und meinte, Marc, mach dir keinen Kopf, wir kochen alle nur mit Wasser. Alter, der Junge hat mich angesehen. Wir kochen alle nur mit Wasser. Ein guter Satz. Ist er von dir? Ich so, alter, kennst du den nicht? Der so, nein. In dem Moment hab ich mich das erste Mal alt gefühlt. Und ich dachte mir, scheiße, man, hätte ich ihm lieber türkische Redewendungen beigebracht. Es gibt eine türkische Redewendung, die macht gar keinen Sinn, ist aber mega lustig. Götte, jeder ein Schemstier, Acilmas. Ein Regenschirm, der im Arsch steckt, spannt man nicht auf. Alter.